So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und es ist wieder mal Montag, das heißt es ist Max Out Monday. Ich möchte meine Push-Up-Folge hochladen, äh, 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 raushauen und ihr seht die ganze Zeit hier sitzen da Gala Flampions rum. Das ist ein Thema der Sendung heute, denn vor kurzem gab es ja erst ein Event, wo Flampion vermehrt gespawnt ist. Man konnte da, äh, gut Bonbons sammeln, alles mögliche. Da habe ich aber vergessen, was zu pushen, ja. Hatte ich mir eigentlich vorgenommen, wollte ich dann am Ende des Events, habe ich noch nicht gemacht. Jetzt ist Gala Flampion auch, äh, Gala Flampion auch da und ich finde, es ist der beste Zeitpunkt, einfach mal einen Flampivian zu maxen. Und zwar das Rote und das Weiße und noch was Fettes hinterher. Deswegen steht die Folge heute unter dem Motto Feuereis und Dosenbier. Ja, vielleicht kennt man ja den Film mit Axel Stein und dem Typ von der Bulli-Parade, keine Ahnung. Ich habe den nicht gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Axel Stein bei, äh, bei Dings fand ich gut. Hausmeister Krause oder voll normal. Aber außerhalb davon konnte ich irgendwie mit Axel Stein nicht mehr so viel anfangen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr den Film kennt. Und ich habe mir jetzt hier deshalb zwei markiert. Ich möchte auch gleich nochmal darauf hinweisen, heute ist Montag, aber trotzdem, heute am Montag gibt es eine Rage-Stunde mit Zamasenta. Zaschian, wie man ihn aussprechen soll, nicht Sackian, hat ja letzten Mittwoch seine Rage-Stunde bekommen und wurde am Donnerstag abgelöst von Zamasenta. Und das bleibt eben auch nur bis Mittwoch, wird aber um 10 Uhr abgelöst auf 11 Uhr mit Lugia. Das heißt, Mittwoch gibt es ja eine Lugia-Rage-Stunde und keine Zamasenta-Rage-Stunde. Deswegen gibt es jetzt heute an diesem Monag diese zusätzliche Rage-Stunde mit Zamasenta. Und das ist auch die letzte Rage-Stunde und Raidmania im August. Wer heute Abend nochmal Punkte macht und auf die besten Liste kommt in der Raidmania für August, kann das Ding gewinnen und für sich entscheiden. Heute Abend wird alles entschieden, wird zusammengerechnet und dann kann der Gewinner mir wieder sein Lieblings-Pokémon schicken. Das ist dann der Ersatz für das N-Ton, was ihr hier unten seht. Und heute Abend, 18 bis 19 Uhr, ich nehme nochmal eure Einladungen an für eure Rades, die ihr macht. Ich denke mal, es wird eher ruhig zugehen, außer die Leute haben Bock auf die Raidmania-Punkte, dann laden sie vielleicht doch ein. Und vielleicht haben wir sogar einen Gewinner, der schon mal gewonnen hat, das zweite Mal. Ja? Der eine 3 im Namen hat und deswegen irgendwann auch nochmal gewinnen muss. Wir fangen jetzt hier erstmal an. Wir suchen uns hier zum Beispiel das normale Flampion, was ich hier Max genannt habe. Und viele sagen immer, es ist ein Unterschied, ob man das jetzt vorher pusht und dann entwickelt, oder sollte man erst entwickeln und dann pushen. Es ist komplett egal. Weil wenn das jetzt auf Level 40 ist und ihr entwickelt das, ist die Entwicklung ja auch auf Level 40. Wenn das auf Level 50 ist und ihr entwickelt das, ist die Entwicklung auch auf Level 50. Wenn ihr es nur entwickelt und dann auf 50 zieht, dann ist es im Endeffekt auch die Entwicklung auf 50. Ihr könnt ja mal gucken, wie viel das hier bei einem Power-Up dazu bekommt. Jetzt wollte ich sagen, oh, der kommt genau auf 5.000, aber das war der Staub, der angezeigt wird. 21 WP pro Push wäre jetzt bei 1.215. Wir ziehen ihn jetzt mal hier hoch auf 1.630. Das ist also das Feuerflampion mit Feuerzahnfeuerschlag, obwohl die Attacken eigentlich egal sind. Die ändern sich ja eh beim Entwickeln. Entwickeln das deswegen jetzt auch mal, dass wir eben ein Feuerflampivian haben. Ist ein relativ guter Feuerangreifer, wenn nicht sogar einer der besten Feuerangreifer mit. Da wisst ihr aber natürlich wieder mehr als ich. Die Leute sagen immer, das Teil mit Feuer, das ist auf jeden Fall stark. Das ist richtig krass. Das braucht man unbedingt. Habe ich jetzt also hier 3.511. Und wir wollen auch mal eine sofort-TM nehmen. Einäschern, Hitzekoller. Was ist das beste Moveset? Soll man da noch was ändern oder nicht? Schreibt es mal rein. Einäschern, die ist ja auch noch nicht so all die Attacke, oder? Keine Ahnung. Ich dachte, das ist so eine GWL-relevante Attacke, die reingepackt wurde. Ihr könnt das ja mal reinschreiben. Gerade bei den Moves, die es dann alles gibt. Also haben wir jetzt ein Feuerflampivian. Jetzt brauchen wir ein Eisflampivian. Und dann brauchen wir ein Dosenbier. Der müsste genau auch auf den gleichen Wert kommen mit 3.511. Wir können euch das ja mal zeigen. Diesmal entwickeln wir es nämlich zuerst. Es behält sein Level gleich. Aber durch die Entwicklung hat es trotzdem mehr WP. Diese WP werden durch das Pushen dann natürlich auch auf das Höchste angehoben. Ihr habt jetzt also das Eisflampivian, was im Prinzip aussieht wie ein Schneemann. Ihr habt da zwei Augen und eine Nase oben. Obwohl das eigentlich jetzt aussieht wie eine Mütze. Also komische Sache. Ihr seht, sogar der kann Hitzekoller. Wir pushen hier wieder auf 3.511. Das ist nämlich, wie die Leute sagen, der beste nicht-legendäre Eisangreifer. Das heißt, der müsste eigentlich stärker sein als Mammut-Hell. Und mehr reinhauen. Bei dem brauchen wir aber, glaube ich, also Hitzekoller ist jetzt natürlich Quatsch. Da müssen wir auf... Was kann der denn? Lawine? Eishieb? Ich glaube, der kann mehrere, oder? Oder kann der nur Eishieb? Hitzekoller, Eishieb, Hitzekoller, Eishieb. Kriegt man noch was anderes rein? Lawine? Ich glaube, Lawine ist ganz chillig. Als Eisangreifer könnt ihr den vielleicht sogar in der GBL spielen. Der überraschenderweise mit einer Feuerattacke noch um die Ecke kommt. Und mit Lawine alles abräumt. Und richtig stark eisig unterwegs ist. Also, wenn ihr GBL spielt, schreibt es mir rein. Ist das was für die GBL? Flampivian als Eisangreifer 3511. Jetzt haben wir also Feuer, Eis und wir brauchen noch Dosenbier. Was ist, wenn ihr viel Bier trinkt? Ihr kriegt einen dicken Bauch. Ihr kriegt einen Bierbauch. Deswegen geben wir jetzt Relaxo ein. Denn Relaxo ist unser Dosenbier. Dann gucken wir, wir haben hier oben eins mit 3.225. Das ist auch Best Buddy. Das wollen wir jetzt einmal pushen. Das ist auf Level 40. Genau, das würde hier pro Push auch 21 dazukriegen. Also irgendwie kriegt alles 21 dazu. Aber das ist ja schon da, wo es nur noch die Hälfte gibt. Der hat vorher deutlich mehr dazugekriegt. Und der wird auch direkt auf Level 50 gepusht mit 3.647. Und das ist schon eine Wucht. Hätte man früher gar nicht gedacht, dass der so hoch kommt. Bei Relaxo bin ich jetzt aber ein bisschen überfragt. Da habe ich keine Ahnung. Zenkopfstoß, Rambos. Rambos ist eine Attacke. Die könntest du natürlich relativ oft einsetzen. Sinnvoller wäre wahrscheinlich Body Slam. Body Slam ist ja aber, glaube ich, ein Legacy-Move. Dann bräuchtest du also eine Top-Lade-TM. Da Body Slam vielleicht drauf. Plus Kraftkoloss. Um gegen die dicken Metall-Pokémon in der Meisterliga überraschen zu können. Zenkopfstoß ist vielleicht auch gut als Psycho-Attacke. Ansonsten kann er aber, glaube ich, Schlecker. Ich glaube, Schlecker ist sogar noch besser. Ich habe keine Ahnung. Was ist das beste Moveset für Relaxo? Schreibt es mal rein. Und ich glaube, ich bin sogar so gut drauf, weil der so freundlich aussieht mit seinen zuenden Augen. dass ich zwei Krypto-Relaxo habe. Aber ich glaube, das eine ist... Was hat das? 13, 11, 12. Okay. Und das... Achso, das ist ein Shiny. Ich glaube, das kleinere war das bessere. Mit... 13, 11... Ach, 14, 11, 14. Ja, das heißt, das dürfte theoretisch höher kommen als das andere. Wir können das ja mal kurz auschecken, wenn ich auf Power-Up gehe. Dann sehe ich, das kommt auf 3, 5, 5, 6. Und das kommt auf 3, 5, 8, 4. Wollen wir noch ein Krypto hochpushen? Ich meine, damit macht ihr eigentlich ja eh nichts. 3, 6, 4, 7 klingt schon gut. Das hätte deutlich weniger. Aber komm, wir gönnen uns mal den Spaß. Und weil das auch so lustig aussieht, mit dem offenen Mund die ganze Zeit und den roten Augen, das hat Erdbeben, 10 Kopfstoß. Erdbeben habe ich ganz vergessen. Erdbeben, natürlich. Bodyslam Erdbeben vielleicht. Vielleicht wäre das was Fettes. Das... Pushen wir jetzt auch mal. Einfach ans Limit. 360 XL. Statt 296, 360 XL. Wie krank ist das denn? Muss das denn sein? Kryptos sind einfach teurer. Wir pushen den also noch hoch. 2870 kriegt der dazu. 3584 hat er jetzt. Und im Endeffekt erlösen wir den aus Versehen. Irgendwann haben wir jetzt aber ein gemaxstes Relaxo, Krypto Relaxo auf Level 50. So, mit dem werde ich jetzt das Ganze beenden. Dieser stinkende Klotz. Würde sagen, das war die Feuer, Eis und Dosen, Bier Max Out Monday Folge. Morgen möchte ich vielleicht eine kleine Auswertung machen zu dem ganzen Hyperbonus 3. Die Shinies, die ich bekommen habe, alle, die entwickeln die ganzen neuen Pokédex-Einträge, entwickeln männlich, weiblich, laggi. Okay, das habe ich mir alles aufgehoben. Mittwoch ist schon wieder Community Raid, wenn Lugia kommt. Deswegen würde es Raid am Mittwoch wahrscheinlich am Donnerstag geben, dass dann nicht so viel auf einmal ist. Und denkt heute Abend an die Raid-Stunde. Die ist wichtig. Raid-Stunde, 18 bis 19 Uhr. Sammelt nochmal Punkte. Lasst uns nochmal Zermazenda raiden. Wer noch Zermazenda-Raids braucht, guckt in die Raid-Gruppe. Aber ich glaube, die ist ziemlich tot gerade. Da spielt sich nicht mehr so viel ab, weil die meisten Leute einfach keinen Bock haben, keinen Bedarf oder das Pokémon einfach total unnütz finden. Es kommt irgendwann zurück, mit Shiny-Einführung, dann haben die Leute sicherlich mehr Bock. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, vorhaut euer Ramses.